Ich komme aus der Scheiße und in die Scheiße gehe ich irgendwann wieder. Aber zwischendurch werde ich berühmt. Ich laufe barfuß durch den Lebel, trete in die Pfützen und trinke das praktische Wasser. Ich wacke und errasse ich am zweiten Morgen den Golf im Berg. Ich nenne ihn so, weil er rund ist und von einer Haube aus Weizen bedeckt ist. Von oben sehe ich über das Land und bin müde. Das macht einem nur wahnsinnig Angst, wenn man merkt, dass man gerade auf dem Kiel gekackt. Man weiß es, dass das nicht üblich ist und dass sowas nur Leute machen, die verrückt sind. Und die Angst macht, dass es einmal auch wieder ganz gleichgültig ist, was die anderen denken, ob die jetzt gucken oder nicht, weil man in dem Moment wirklich andere Probleme hat. Und mein Problem war eben, dass ich langsam wieder verrückt wurde. Das war nicht das erste Mal. Deshalb wusste ich schon, wie das läuft und dass das immer in Schüben kommt. Ich denke darüber nach. Ich habe mein ganzes Leben darüber nachgedacht. Wie ich mich oben dritten würde. Wie ich mich oben dritten würde. Ich würde Tabletten schocken und mich dann auf das Randrand des Hochhauses setzen. Damit ich runterfallen, wenn ich müde bin. Das wollte ich schon mit fünf. Ich wusste, dass ich so sterben will. Ich falle weiter durch die Nacht. Ich falle der Weg jetzt ganz verpressen. Auf die Hand.